Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde hat Tech-Milliardär Elon Musk mit Konsequenzen für die Versorgung der Ukraine mit Satelliteninternet gedroht. Musks Raumfahrtfirma SpaceX stellt dem von Russland angegriffenen Land Anlagen zur Nutzung ihres Starlink-Satellitennetzes zur Verfügung. Damit bekommt man schnelles Internet aus dem All. Für ukrainische Behörden und Truppen war das hilfreich, wenn Mobilfunk und lokale Internetzugänge ausfielen. So schreibt der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Rogozin am Sonntag auf Telegram, Musk sei an der Versorgung faschistischer Kräfte in der Ukraine mit Mitteln militärischer Kommunikation beteiligt gewesen. Dafür würde er sich wie ein Erwachsener verantworten müssen. Musk reagiert in der Nacht auf Montag bei Twitter mit einem Scherz. Wenn ich unter geheimnisvollen Umständen sterben sollte, war gut euch gekannt zu haben. Musk ist auch Chef des Elektroautoherstellers Tesla sowie von Twitter. Roskosmos-Chef Rogozin ist ein lautstarker Unterstützer des russischen Angriffs auf die Ukraine und spricht unter anderem von einem Krieg, in dem es um das Überleben Russlands gehe. So schrieb er ebenfalls am Sonntag bei Telegram, dass Russland die NATO-Länder in einem Atomkrieg binnen einer halben Stunde vernichten könne. Aber wir dürfen ihn nicht zulassen, weil die Folgen eines nuklearen Schlagabtauschs sich auf den Zustand unserer Erde auswirken würde.